Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 95 Schwestern Der Brief von Lucius an Narcissa wurde wie üblich nach einer Überprüfung auf Flüsche ungeöffnet auf seinen Weg geschickt. Während der Brief an die Zaubergammond-Vorsitzende Rosalind Baltimore behandelt wurde, als würde er eine Briefbombe enthalten. Arthur war von Susan über Malfoys seltsame Frage, ob alle seine Briefe kontrolliert werden würden, natürlich unterrichtet worden. Und er hatte in Auftrag gegeben, so vorsichtig wie möglich den Brief an Miss Baltimore zu öffnen. Die Übervorsicht der Mitarbeiter brachte nach erst zweieinhalb Stunden ein Glückwunschschreiben zum Vorschein, woraufhin besonders Arthur stutzte. Es war nichts anderes als eine Gratulation zum Geburtstag, die ohne irgendeinen Zauber wie zwischen den Zeilen versehen war, mit dem man eigentlich Nachrichten magisch per Anagramm verstecken konnte. Arthur seufzte, bevor er den Angestellten auftrug. Gut, schick den Brief ab. Es ist zwar seltsam, aber verstößt gegen keine Regeln. Die ungewöhnliche Post an Mrs. Baltimore wurde hausintern weitergeleitet und pünktlich um 9 Uhr mit der anderen Post zusammen in ihr Büro geliefert. Die ersten Briefe, die Rosalind geöffnet hatte, beinhalteten leicht verfrühte Geburtstagsgrüße. Denn erst morgen würde sie ein Jahr älter werden. Aus aller Welt gratulierte man ihr zum neuen Lebensjahr. Auch ein Brief von ihrem Sohn war dabei, der ihr aus einem Zauberei-Internat aus der Schweiz geschrieben hatte. Es war seine Entscheidung gewesen, in einem anderen Land zur Schule gehen zu wollen und weder Rosalind noch ihr Ehemann konnten ihm diesen Wunsch abschlagen. Der Junge hatte schon sehr früh sein sprachliches Talent gezeigt und seinen Wunsch, später in der Abteilung für die internationale magische Zusammenarbeit Fuß fassen zu wollen, machte den Aufenthalt im Ausland sinnvoll. Mit einem sanften Lächeln las Rosalind über die neuesten Abenteuer ihres Jungen. Barry, der bereits viele Freunde gefunden hatte, obwohl er erst zweieinhalb Monate dort war. Nachdem Rosalind den nächsten Brief in die Hand genommen hatte und den Absender gelesen hatte, verblasste das gleichmäßige, sanfte Lächeln wie in Zeitlupe. Der Name Lucius Malfoy ließ ihr Herz einen Schlag aussetzen. Was wollte Malfoy von ihr? Da sie kurz zuvor den Brief von Barry gelesen hatte, erinnerte sie sich an die einzige Verbindung, die sie mit diesem Mann hatte. Ihr Herz schlug schneller, als sie an den Tag der Weihnachtsfeier vom Ministerium dachte. Sie hatte ihrem Liebhaber gestanden, ein Kind von ihm zu erwarten und der hatte sich, nach einer kleinen Auseinandersetzung auf dem Balkon, aus dem Staub gemacht. Er hatte sie weinend zurückgelassen und wenige Sekunden später war Lucius Malfoy aus einer dunklen Nische aufgetaucht. Ihr war sofort klar, dass er alles gehört haben musste. Seine Zweideutigkeiten festigten ihre böse Vorahnung, denn er machte es sehr deutlich, über ihren anderen Umstand und über den Liebhaber Bescheid zu wissen. Um nichts in der Welt wollte sie ihrem Ehemann vor den Kopf treten, nur weil sie ein einziges Mal in ihrem Leben schwach geworden war. Sie hatte nach diesem Zwischenfall Lucius Malfoy immer nett behandelt und er hatte im Gegenzug seinen Mund gehalten und ihn auch nicht geöffnet, außer einmal, als er ihr und ihrem Gatten neun Monate später zur Geburt eines gesunden Jungen seine Glückwünsche ausgesprochen hatte. Auf einer kleinen Gesellschaft, zu der ihr Mann sie dazu überredet hatte, den netten Mr. Malfoy einzuladen, hatte Malfoy den Jungen in seiner Wiege begutachtet und mit einem Lächeln zu ihr und ihrem Mann gesagt, wie ich sehe, kommt der Junge ganz nach seinem Vater. Bei verschiedenen Gelegenheiten hatte er sie immer daran erinnert, dass er ihr Geheimnis kannte und daher war Rosalind sich jetzt, nach Erhalt seiner Glückwünsche, über eines im Klaren. Er hatte ihr nur geschrieben, weil er etwas von ihr wollte. Im gleichen Moment, als Rosalind die Augen schloss und sich wegen der bevorstehenden Unannehmlichkeiten eine Hand auf die Stirn legte, suchte Kingsley in einem anderen Stockwerk des Ministeriums den Aurochendorlich auf, der an seinem Schreibtisch saß und einer magischen Feder diktierte. Guten Morgen, Dorlish, sagte Kingsley mit einem Klang in der Stimme, der andeutete, dass etwas im Argen lag, weswegen Dorlish die Augenbrauen zusammenzog. Shacklebolt, grüßte Dorlish etwas skeptisch und mit einem Kopfnicken zurück. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie im Mungos waren, brachte Kingsley das Thema gleich auf den Punkt. Die zusammengezogenen Augenbrauen wanderten zum stoppligen Haaransatz, bevor Dorlish antwortete. Ja, war ich. Und wenn Sie noch zehn Minuten warten, können Sie gleich meinen Bericht haben. Erklären Sie mir im Vorfeld, was Sie von Mr. Malfoys Zimmer genossen wollten? Wenn Sie es nicht abwarten können, nörgelte Dorlish, weil Kingsley den Kopf geschüttelt hatte, erklärte Dorlish. Ich hatte nachts eine Eingebung, die ich sofort geprüft sehen wollte. Ich hatte plötzlich die Ahnung, dass der junge Mann ein Todesser sein könnte. Und? Fragte Kingsley, der zwar wusste, dass es sich tatsächlich um ein Todesser handelte, aber laut Arthur musste das zunächst niemand wissen. Dorlish stöhnte genervt, bevor er sagte, Da sie ja meinen Bericht nicht abwarten können, ich habe den Mann überprüft. Ein Todesser ist er nicht. Aber laut der Krankenakte bin ich davon überzeugt, dass er ein Opfer der Muggelradikalen ist. Diesmal war es Kingsley, der erstaunt die Augenbrauen hob, jedoch nur, weil Dorlish in diesem einen Punkt daneben lag. Grinsend fügte Dorlish an, Ja, ja, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, im Vergleich zu anderen Mitarbeitern. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der junge Mann von unseren Hexenjägern gequält worden war. Einige Punkte in der Krankenakte sind eindeutig Hinweise. Ich meine, wer benutzt heutzutage noch Daumenschrauben? Die Quetschungen sprechen für sich. Auch andere Wunden kann ich bestimmten Folterinstrumenten zuschreiben. Aber alles mündlich zu schildern, würde zu viel Zeit beanspruchen. Wenn Sie also bitte meinen Bericht abwarten würden, Shacklebolt, ich werde dem Minister übrigens empfehlen, bei dem jungen Mann einen Antrag auf Legalimentic zuzustimmen. Es wird sicherlich einen Heiler geben, der keinen Schaden davontragen würde. Wir könnten somit immerhin Informationen über Hopkins erhalten. Dorlish grinste überlegen, weil er davon ausging, sich mit seinem Bericht beim Minister Liebkind machen zu können. Gut, dann warte ich den Bericht ab. Ich werde ihn unverzüglich an den Minister weiterleiten, sagte Kingsley, bevor er sich verabschiedete. Zur gleichen Zeit hatte eine Ministeriumseule Narcissa einen Brief von ihrem Gatten gebracht. So dass ihr heutiger Tag bereits einen wunderschönen Beginn erleben durfte. Weil sie sich gern von seinen Worten umschmeicheln ließ, die zwar die von früher gewohnte elegante Handschrift missen ließen, jedoch nicht weniger rührend waren. In den letzten Briefen, die eine Schwester oder eine verzauberte Schreibefeder geschrieben haben mussten, hatte Lucius ihr geschildert, dass er schon wieder Schatten und Krauthürmene wahrnehmen könnte und man bereits mit Spendermaterial sein Augenlicht zurückzuholen versuchte. Von Tag zu Tag würde er besser sehen können, auch wenn es nur Kleinigkeiten wären, an denen er den Fortschritt festmachen konnte. Narcissa fiel ein Stein vom Herzen und sie sehnte sich nach ihrem Mann, so dass sie ihm die am Briefende genannte Bitte erfüllen wollte, beigelegtes Pergament an Mrs. Rosalind Baltimore weiter zu senden. Ohne den anderen Brief auch nur zu entfalten, steckte sie ihn in einen Umschlag und versah ihn mit der Adresse von Miss Baltimore. Ihr nächster Weg führte sie zur Eulerei, um mit einer der schuleigenen Posteulen den Brief ihres Liebsten weiterzuleiten. Nachdem sie von der Eulerei zurückgekommen war und sich gerade das Frühstück von einer netten Hauselfe bringen ließ, klopfte es. Narcissa öffnete die Tür und sagte freudestrahlend. Albus, wie schön Sie zu sehen. Möchten Sie vielleicht mit mir das Frühstück einnehmen? Albus lächelte milde, lehnt jedoch dankend ab, bevor er mit leicht besorgter Stimme sagte. Ihnen auch einen guten Morgen, meine Liebe. Ich bin hier, weil jemand unbedingt mit Ihnen reden möchte und... In diesem Moment tränkte sich eine schlanke, schwarzhaarige Frau an Albus vorbei. Narcissas erster Blick fiel auf die vielen, ungeöffneten Briefe, die diese Frau in ihrer Hand hielt. Aber dann, als sie die Stimme vernahm, wusste sie, um wem es sich bei der Dame handelte. Ich möchte nicht, dass du mich überall hin mit diesen Eulen verfolgst. Ich will nicht, dass du mir Briefe schickst, sagte die Frau mit einem angriffslustigen Unterton in der Stimme. Weder von dem, was sie gesagt hatte, noch von dem Tonfall, hatte Narcissa sich verschrecken lassen, denn sie war von dem Anblick, der sich ihr bot, ganz verzückt, sodass sie verträumt lächelnd sagte. Oh, Andromeda, wie lange ist es her? Narcissa konnte ihr Glück kaum fassen und sie legte die Finger ihrer rechten Hand wegen der fröhlichen Überraschung auf ihre lächelnden Lippen, bevor sie bat. Komm doch bitte herein, das Frühstück ist gerade gebracht worden. Narcissa wartete nicht auf eine Antwort, sondern sie ging hinüber zu der Elfe und bedankte sich bei ihr, wie sie es immer tat, seit sie in Hogwarts beheimatet war. Andromeda traute ihren Augen kaum, als sie dem freundlichen Umgang ihrer Schwester mit einer Hauselfe beiwohnen durfte. Von dieser Situation, völlig perplex, starrte sie ins Wohnzimmer, bis Albus sagte. Meine liebe Mrs. Tonks, wie wäre es, wenn Sie eintreten würden und Ihre Schwester Gesellschaft leisten? Ich muss mich leider verabschieden. Albus schob Andromeda ins Wohnzimmer hinein und schloss die Tür. In diesem Moment war die Hauselfe zurück in die Küche appariert und die beiden Schwestern waren allein. Narcissa lächelte bis über beide Ohren, als sie erneut ihre Schwester erblickte. Vor lauter Freude schlug sie einmal ihre Hände vor dem Oberkörper zusammen, bevor sie auf Andromeda zustürmte und, ohne dass diese es verhindern konnte, sie umarmte. Ich habe so sehr gehofft, dass du zumindest einen meiner Briefe öffnen und verstehen würdest, schluchzte Narcissa vor lauter Wiedersehensfreude, als sie Andromeda fest umarmte. Endlich, wieder bei Sinnen, drückte Andromeda ihre jüngere Schwester von sich weg. Sie gab sich viel Mühe, ihre eigene Miene gefühlskalt zu belassen, aber eines behinderte sie daran und sie sprach es unverblümt, wenn auch irritiert an. Du freust dich wirklich, mich zu sehen? Aber natürlich freue ich mich, es ist so lange her, sagte Narcissa schwärmend. Deine Tochter ist wirklich bildhübsch, meine Liebe. Andromeda konnte nichts erwidern. Eigentlich war sie hergekommen, um ihrer Schwester ein für allemal klar zu sagen, dass jede weitere Eule an sie reine Zeitverschwendung sein würde, weil sie mit ihr nichts zu tun haben wollte. Und jetzt fand sie eben jene Schwester vor, die sie früher ersehnt hatte, als man sie wegen ihrer Verlobung mit Ted erst mit bösen Worten beschimpfte und man sie kurz vor der Hochzeit aus der Familienbande ausgeschlossen hatte. Bis heute ließen die Erinnerungen an die Hochzeit nicht nur die Wut darüber in ihr aufkommen, dass ihre Familie sie enterbt und vor die Tür gesetzt hatte, sondern auch der viele Kummer machte sich in ihrem Herzen breit, den ihr dieser Zustand bereitet hatte. Immer wieder hatte sie sich fragen müssen, wie es wohl gewesen wäre, wenn man sie zumindest toleriert, wenn man ihre Entscheidung, einen Muggelstämmigen zu ehelichen, schon nicht hatte respektieren wollen. Von einem Tag auf den anderen hatte sie plötzlich keine Familie mehr gehabt und das war ein Verlust, der nicht nach drei, vier Monaten wieder vergessen gewesen wäre. Nein, dieser Schmerz hatte sie ihr Leben lang begleitet und ihren neuen Weg immer wieder verdunkelt. Wie sehr hatte sie sich für den Fedora Tanten und Großeltern gewünscht, doch die hatten nichts von Andromedas Nachwuchs wissen wollen. Jetzt, wo sie ihrer jüngeren Schwester, die wie ausgewechselt schienen, gegenüberstand und an das so lang vermisste, appellierte, da war Andromeda hin- und hergerissen. Dem Gefühl der Gutherzigkeit, Nachsicht mit ihrer jüngeren Schwester zu haben und dem Gefühl der verspäteten Rache, welches sie dazu animieren wollte, Narcissa all die Boshaftigkeiten an den Kopf zu werfen, die sich im Laufe ihres Lebens in ihr aufgestaut hatten. Hier und jetzt könnte sie ein für allemal einen Schlussstrich ziehen und ihre Schwester für immer verlassen oder mit einer freundlichen Annäherung einen Neuanfang wagen. Wie sehr hatte sie all die Jahre besonders um ihre Schwester geweint und gehofft, dass sich alles nochmal dem Guten zuwenden könnte. Eine Hoffnung, eine Chance. Warum hast du mich eingeladen, Narcissa? Wollte Andromeda unbedingt wissen, um ihre Entscheidung fällen zu können, nun zu gehen oder zu bleiben. Ich wollte dich sehen, antwortete Narcissa sehr überzeugt, denn die gleiche Wehmut, die sie selbst übermannt hatte, hatte sich in der Stimme ihrer jüngeren Schwester hörbar niedergeschlagen. Sie bemerkte, wie Narcissas Freude verblasste, bevor sie ehrlich zugab. Weißt du, meine Erinnerungen trügen mich manchmal. Ich denke oft an unsere Kindheit und wie viel Spaß wir alle gehabt hatten. Ich meine dich und Bella und auch Sirius. Was haben wir manchmal angestellt? In Erinnerungen schwelgend schüttelte Narcissa den Kopf, ganz so, als würde sie gerade an einen Streich von dem Lausbub Sirius denken müssen. Narcissa schluckte und lächelte wieder, als sie beschämt zu erklären versuchte. Ich weiß, dass ich dir anders vorkommen muss. Ich bin für alle anders, als sie mich in Erinnerung haben. Mein Sohn, du kennst ihn leider noch nicht, hat mich kaum wiedererkannt. Neulich sagte er, er würde es nicht bedauern, wenn mein Verstand so verdreht bliebe. Narcissa lachte fröhlich auf, bevor sie gleich darauf schilderte. Er hat mich angesehen und ganz ernst gesagt, dass diese Wesensart, die ich jetzt an den Tag lege, wahrscheinlich schon immer ein Teil von mir gewesen war, der sich jetzt einfach in den Vordergrund gedrängt hat. Narcissa suchte Blickkontakt zu Andromeda und als sie sich in die Augen sahen, fragte sie ihre ältere Schwester. Verstehst du, was ich meine? Von Gefühlen übermannt, ließ sich Andromeda auf einem Sessel nieder und versuchte, das eben gehörte, zu verstehen. Narcissa schenkte ihr derweil eine Tasse Kaffee ein, bis Andromeda endlich ihre Stimme wiedergefunden hatte und sie verstört sagte, Ich habe mich über deine Briefe gewundert. Du hättest mir nie geschrieben. Narcissa nickte verständnisvoll. Draco hat gesagt, ich soll damit aufhören, aber ich wollte dich so sehr sehen. Ich weiß nicht, was zwischen uns vorgefallen sein kann, dass du mich nicht besuchen wolltest. Sagte Narcissa so leise, dass das Ticken der Standuhr im Zimmer um einiges lauter war. Andromeda schnaufte erbost. Doch gleich darauf zitterten ihre Lippen, als sie ihre Tränen zurückhalten wollte. Sollte Narcissa nichts mehr von früher wissen? Sie forderte Antworten. Warum ist das so? Warum bist du so anders? Narcissa blickte starr auf ihre Tasse, bevor sie ihre Erinnerungen ins Gedächtnis zurückrief und sagte, Ich war so lange alleine, Andromeda. Es war ein schreckliches Gefühl, Tag ein, Tag aus mit niemandem reden zu können, kein Gelächter zu hören oder auch nur ein Flüstern. Ihre Stimme selbst war zu dem Flüstern geworden, welches sie damals in ihrem Versteck so vermisst hatte. Ich habe mir irgendeine menschliche Stimme herbeigesehnt und die habe ich plötzlich vernehmen können, und zwar in meiner Erinnerung. So rief ich mir alles Mögliche ins Gedächtnis zurück, nur um all diese Stimme hören zu können, damit ich der Einsamkeit entkommen könnte. Weißt du, was ich als erstes gehört habe? Narcissa blickte Andromeda an und sagte lächelnd, Ich habe ein Kinderlachen in meinem Kopf gehört und ich habe mich sofort erinnert. An dich erinnert. Ich habe jeden Moment abgespielt, an den ich mich bewusst erinnern konnte, aber das war bald nicht mehr genug. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass ich an jene Erinnerungen herankommen wollte, die sich vor mir verborgen in meinem Unterbewusstsein befinden mussten. Narcissa schüttelte den Kopf, bevor sie mit zitternder Stimme sagte, Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, Andromeda, aber ich befürchte, ich bin selbst der Grund für mein verändertes Wesen, denn ich habe einen Weg gefunden, ganz bewusst die Schubladen in meinem Kopf zu öffnen, die man höchstens mit Hypnose oder mit fortgeschrittener Legilimentik erreichen könnte. Ich habe all diese Kindheitserinnerungen befreit und jetzt schwirren sie in meinem Kopf umher, als hätte ich sie niemals so tief vergraben. Doch dafür ist der Platz in den Schubladen mit anderen Erinnerungen aufgefüllt worden, mit all den Erinnerungen an die Dinge, die in meiner neuen Welt keinen Platz gefunden hatten. Andromeda wollte verstehen, sie hörte aufmerksam zu und unterbrach kein einziges Mal, als ihre Schwester schilderte. Eines Tages hat mich mein Junge besucht und er hatte einen Freund mitgebracht, was er sonst nie getan hatte. In diesem Moment begann meine Welt plötzlich zu schwanken. Ich war völlig irritiert davon, dass jemand mit mir gesprochen hatte, ohne dass ich in Gedanken war und erst mit der Zeit, nach einigen Tagen, war mir klar geworden, dass ich mich wieder in der wirklichen Welt befinden musste. Aber ich wusste leider nicht mehr, wie diese wirkliche Welt gewesen war. Ich weiß es bis heute nicht genau. Dass ihre jüngere Schwester von Kindheit an ein Naturtalent in Legilimentik gewesen war, hatte Andromeda nicht vergessen. Doch dass es möglich sein konnte, auf diese Weise den eigenen Geist zu betreten und zu verändern, damit hätte sie niemals gerechnet. Dein Sohn und ein Freund haben dich gefunden? Wer war der Freund? fragte Andromeda. Oh, er ist ein netter junger Mann, Andromeda. Du würdest ihn mögen. Er heißt Harry Potter und ist hier leere. Sagt der Narzissa, ohne ihr Lächeln zu verlieren. Harry Potter? wiederholte Andromeda stutzend. Ja, er besucht mich ab und an und manchmal leihen wir uns gegenseitig Bücher aus. Er mag Märchen genauso gern wie ich. Versicherte Narzissa mit einem Kopfnicken. Nach einem Schluck Kaffee, den sie am liebsten mit einem Schuss Rum zu sich genommen hätte, sagte Andromeda, Märchen waren schon immer dein Steckenpferd. Sogar mir hast du immer welche vorgelesen, obwohl ich älter war als du. Nach einer kurzen Pause sagte sie ehrlich, ich wollte dir heute eigentlich ins Gesicht sagen, dass du mir gestohlen bleiben kannst, Narzissa. Ich habe sogar ein Geschenk für dich dabei, welches meine Ernsthaftigkeit untermauern sollte, denn du mit deiner Vorliebe für Märchen hättest mich nicht falsch verstehen können. Ein Geschenk? fragte Narzissa vorsichtig, denn sie hatte durchaus verstanden, was ihre Schwester ihr eben deutlich gemacht hatte. Ein Geschenk, das ich dir nicht mehr geben möchte, denn du hast es nicht verdient. Schicksalsschläge bringen meist schmerzhafte Momente mit sich, ob nun körperlich oder geistig, aber dein Schicksal, Narzissa, und dafür solltest du dankbar sein, hat es gut mit dir gemeint, sagte Andromeda mit solcher Ernsthaftigkeit in der Stimme, dass es Narzissa kalt den Rücken hinunterlief. Lass uns zusammen frühstücken, fügte ihre ältere Schwester hinzu, doch Narzissa blickte sie mit großen, blauen Augen an. Mit zittriger Stimme, in der Angst, aber auch Bestimmtheit mitschwang, fragte Narzissa. Gibst du mir das Geschenk bitte, damit ich verstehe, weswegen du mir vergibst? Nein, das würde nur ein Schatten auf den heutigen Tag werfen. Ich. Doch ihre Schwester flehte. Bitte, ich möchte wissen, wie du mir meine Fehler verständlich gemacht hättest, wenn ich dein gütiges Herz dich heute anders hätte entscheiden lassen. Für einen Moment zögerte Andromeda, doch sie gab nach und zog ein viereckiges, in Geschenkpapier eingewickeltes Päckchen aus ihrer schmalen Handtasche und hielt es Narzissa entgegen. Denk dran, dass das nur die Alternative war, Narzissa. Narzissa nickte ihrer Schwester zu und öffnete mit zittrigen Fingern die kleine Schleife, bevor sie das Papier entfernte. Zum Vorschein kam ein Muggelbuch, welches Narzissa wie versteinert anblickte. Doch dann kamen ihr die Tränen, ohne dass sie etwas dagegen unternehmen konnte. Sie hatte die Botschaft verstanden, denn ihre Schwester hatte ihr ein Märchenbuch geschenkt, in welchem eine blonde und eine dunkelhaarige Schwester die Hauptfiguren waren. Narzissa schlug die erste Seite auf und las leise vor. Es waren einmal zwei Mädchen, die waren Schwestern und beide wunderschön anzusehen. Die eine Schwester hatte schwarze Haare und schöne blaue Augen wie das Meer. Narzissa blickte auf und schaute ihrer Schwester in die blauen Augen. Mit dem Wissen um den Inhalt des Märchens las Narzissa mit bebender Stimme weiter. Die andere aber hatte Haare wie aus Gold und war von elfenhafter Gestalt. Die eine Schwester war immer gut zu den Menschen, half den Armen und den Schwachen. Narzissa schluchzte und die Tränen liefen ihr an den hellen Wangen herunter. Doch den letzten Satz des Anfangs trug sie mit gequältem Gesicht noch vor, denn der betraf sie selbst. Die zweite Schwester jedoch war schwarz von Herzen und besaß Hexenkräfte und war schlecht zu ihrer Schwester, wo sie nur konnte. Sie hielt sich eine zitternde Hand vor das Gesicht und weinte ungehemmt, bevor sie stockend herausbringen konnte. Das ist ein wunderschönes Märchen, wenn man nicht die Blonde ist. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.